Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen Hallo! Start versaut! Yes! Yes! Jetzt bin ich fies! Oh mein Gott! Er hat einen Cobblestone... Nein, einen Holystone gesetzt. Ich verwechsel das immer. Hey, lass mal bitte. Wir müssen hier... klar, wir müssen hier produktiv sein. Ich bin hier mal lieber unproduktiv, das macht viel mehr Spaß. Ja. So. Während der Aufnahmestopp hat sich Adria mal informiert über die Rüstung. Dann hab ich schon mal das Glas hier gezogen. Genau, äh, also die, ähm, die, ähm, die Gravita... Die Gravita ist dazu da, dass du, also die meist, most powerful, also die meist schützende Rüstung, stärkste Rüstung. Und wenn du sie komplett anhast, also Ring, Kopf, Brustplatte, Hose und Schuhe, dann löscht das quasi einen Fallschaden. Was doof ist, wir haben nur die Schuhe. Ja. Und, ähm, die Zanit-Rüstung, ähm, die macht deine Aktion laut dem Wiki schneller. Also dann rennst du schneller und baust schneller ab und weiter und so weiter. So, und hier draußen machen wir so eine kleine Terrasse, würde ich sagen. Alter, ich wär so, ich wär so übelst für Pistentür. Wow! Ich wär so übelst für Pistentür. Können wir eigentlich tun. Haben wir Pistent? Die Schaufel ist übrigens, äh, die Schaufel ist übrigens, äh, OP, die ist One-Hit. Ja, in deinem Fall. Ja, du kannst welche herstellen. Wenn wir Redstone haben... Haben wir Redstone? Ich geh mal eben oben gucken. Weiß dann nämlich selber nicht. Das ne, ist oben. Also sie müssten wir Redstone suchen und da hab ich keinen Bock zu. Äh, unten. Nachgucken. Also, ähm, im Haus. Und auf Redstone suchen, hab ich ehrlich gesagt, keine Lust. Wir spielen, schließen die Äther. Ah doch, wir haben, ja, wir haben genug. Ja, gut. Aber wir bauen auch nochmal Pistons mit Redstone, mit... Eisen, Cobblestone. Gibt's einfach mehr, ich baust dir. Ja, ich weiß... Haben wir auch irgendwo Slime? Sticky Pistons? Ähm, das kann ich nicht sagen. Aber im Sumpf dürftest du eigentlich welche finden. Eigentlich ja. Ich guck mal eben... Ne, wir haben nur Smaragda. Kein Slime, so wie es aussieht. Ja, dann guck mal im Sumpf. Wir sind ja direkt da. Jo. Haben wir irgendwo ein Schwert? Oder nicht? Dürftest du eins dabei haben. Ja, hier ist ein Schwert. Ja, hier ist ein Schwert. Ich hab kein Slime dabei. Ich geh mal in den Sumpf etwas... Ah ne, hier sind doch zwei... Zwei Slime-Bars. Wir wollen ja nur... Brauchen wir zwei? Ne, vier bräuchten wir schon, ja. Okay, ich geh nochmal ein bisschen Slime-Belle jagen. Ich hoffe, das löst sich hier auf. Ähm... Ähm... Ach, schade. Alter! Man kann ja gar nicht mehr mit der neuesten Version mit F3 arbeiten. Wie mit F3? Schade, schade. Es gab in früheren Minecraft-Versionen... Oder war es per Mod? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm... Du hast die Möglichkeit, dass du guckst, in welchem Chunk was spawnt. Ähm... Was ist jetzt raus? Ähm... Ja... Da gibt's auch ne Mod für. Hab ich mal gesehen. Ja, oder ne Mod halt. Ich weiß es nicht mehr. Und ich war jetzt grad zu faul, die Mod reinzuhauen. Deswegen... One-Hit-Schaufel. Spawn Slimes wirklich nur im Sumpf? Im Sumpf, ja. Im Sumpf. Und halt in Höhlen. Aber das willst du ja nicht antun. Nein, das hatte ich nicht vor. Nein. Perfekt wäre es natürlich, wenn ich eine Höhle im Sumpf finde. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Ich hab eine gefunden. Aber ich bin zu froh, da runterzukommen. Nein, geh einfach ein bisschen im Sumpf rum. Da findest du schon was. Ja, hatte ich jetzt auch vor. Und ich hab mich grad schon aus nem Loch gebackt. Tö, er hat Loch gesagt. Und gebackt. Ja, und bei mir will grad die Welt nicht laden. Dadurch kann ich doch runterzuspringen. Deswegen... Machen wir jetzt mal eben kurz hier. Zack, zack. Suizid. Reload. Und schon lädt der restliche Sumpf. Evil Chicken, it's dead. Another Chicken. It's... Even... Dead, too. Yes. My English is fucking good. Aber hallo. Und da ist Sumpf Ende. Das ist schlecht. Sumpf Ende. Sumpf Ende. Sumpf Ende. Sumpf Ende. Ich hab... Wow, ich steh schnell fahren. Wie wärs, wenn wir hier oben so ein kleines Wasserbecken anlegen? So einen kleinen Teich. Ein kleinen Teich? Über den Wolken. Ein... Ein Zen-Garten. Ja, über den Wolken. Das ist so geil. Wir können lägern einen Zen-Garten an. Warum nicht? Da... 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 Da züchten wir dann äh... Grab... Pflanzen... Und äh... Pieschnutter... Und Eisblumen. Yeah. Leichte Erinnerungen an äh... Plants vs. Zombies. Äh... Let's play ich auch gerade. Übrigens. Ich weiß, ich weiß. Deswegen komm ich ja drauf. Achso. Ahaha. Ja. Das ist der Vorteil, wenn du äh... Das ist vorher ein Nachteil, wenn du zusammen spielst. Erstens. Du musst nicht nur alleine ein Flüsszeug moderieren. Der einzige Nachteil ist, wenn dein Moderator so... Dein Partner so bescheuert ist und deine Anspielung nicht checkt. Und du ihm das erklären musst. Entschuldigung. Entschuldigung. Und erst dann... Oh, okay. Wir wollen... Wir wollen dich ja nicht noch weiter... reinreiten. Nein, okay. Äh... Eigentlich hab ich's schon verstanden, aber ich wollte dich ja... Hier ist Lava und... Also Obsidian. Also hier war Lava und hier sind ganz viele Fackeln drauf. Mh... Ja, da haben wir was abgebaut. Aha. Und ich seh noch mehr Lava. Und ich brauch was zu essen. Der Baum soll sich mal auflösen. Das wär ganz nice. Alter. Hier sind keine fucking Slimes. Find einfach keine. Hier sind keine. Da sind einfach keine. Nö. Ich hab mal Pumpkins. Ich nehm auch mal... Ich nehm auch mal ein paar Pappen. Pumpkins sind doch immer gut. Ja, Pumpkins. Alter, will mich dieser Baum jetzt schon anquotzen, ne? Halt's ihn ab. Ja, versuch ich ja gerade. Aber der ist riesig. Ah, okay. Jetzt löst er sich, glaube ich. So, jetzt... Müsste ich nur unser Haus wieder finden. Was irgendwie so ein bisschen kompliziert werden könnte. Gefunden. Gefunden. Was irgendwie so ein bisschen kompliziert werden könnte. Gefunden. So, ich schau nochmal hier ein bisschen. Aber ich glaub nicht, dass hier noch irgendwo Slimes sind. So, hier muss es noch Glas sein. Find ich keiner. So, jetzt würde ich gerne... Moment. Ah, das ist dunkel hier. Ähm. Ja, das ist dunkel. So, jetzt geht's wieder zurück. Aber Nacht ist eigentlich auch mal ganz schön. Ja, ist ganz praktisch. So, ähm. Also, dann nehmen wir keine Pistons. Aber... Wir können fürs Erste mit Stein... Also mit Stein, zwei Sticky Pistons und Gravel arbeiten. Hm... Ich glaub so war das. Und dann... Ähm... Ach ne, Holz brauche ich auch noch dafür. Da ist Holz. Also, wie war das unten? Stein, dann... Metall, Redstone, Metall... Und ich glaub oben Holz drauf. Nee. So war es nicht. War das denn? Wie war das denn? Wie war das denn doch gleich? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Du weißt das doch. Ich weiß es auch nicht. Du musstest mit mir mitbringen, dann könnte ich es ja auch machen. Ach so, ja dann komm ich eben nach oben. Ähm. 1,6,9,12 doch müsste er reichen. Ich bringe noch die beiden Sticky Pistons mit in einen Haufen Redstone. Okay. Dann verlege ich... Also ich bin... Ich bin so ein Redstone Freak. Das ist so abnormal. Mhm. Aber ich spiel kein Ticket irgendwie. Keine Ahnung. Musst du echt mal machen. Nee, bin ich so ein Fan von Ticket hier. Also hier hast du die zwei... Slime-Bälle und... Ich seh ich noch nicht, aber okay. Und das... Eisen hatte ich auch schon. Aber egal. YOLO. Dankeschön. So. Und jetzt kommst du runter und machst hier... Dings. Und ich hab irgendwo noch... Nee, ist ja falsch. Und... Äh. Ich hab da schon eine Idee, glaub ich. Ja, wie willst du denn die Oberröschleitung legen zu dem Sticky Piston? Ein bisschen schwierig, aber da muss man ein bisschen basteln, ne? Mhm. Also den können wir nach unten schieben. Ja, ich hab ne Idee. Hast du mal ne Spitzhacke? Mh... 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 Das wird so dunkel grad draußen, ne? Okay, korrigierst... Korrigierst du irgendwie noch den Eingang? Wir wollten jetzt zwei machen. Wie? Wir wollten jetzt zwei runter und zwei hoch machen. Äh... Ja... Kann ich noch machen. Gut, dann mach das mal. Ähm... Müssen wir gerade mal die Deckel anfertigen, ne? Naja. Haben wir hier eigentlich irgendwas drunter? Ne, ne? Ne, gut. Naja, da kommt dann... Kommt dann... Ne, Quatsch, da kommt ja gar nichts. Da kannst du bauen. Da kommt doch gar nichts. Gut. Da kannst du bauen, da ist echt Platz. Weil da ist dann die Treppe und sonst weiter nichts. Ja, gut. Und... Naja, oberhalb müssen wir uns was einführen lassen. In welche Richtung gehen wir? Ja, ich hab da schon so ne Idee. Ich glaub wir gehen in die Richtung hier. Wir... Was? Wie? Nein, wir gehen von unten nach oben. Achso. In zwei breit, mein ich jetzt. Jaja. Dann brauche ich hier auch noch ab. Dann haben wir das so. Und dann lasst du erstmal was einfallen. So, ähm... Wir müssen... Na, Moment. Wir müssen noch einen tiefer. So. Mal gucken, ob ich das noch kann. Ich hab schon so lange kein Minecraft mehr gespielt. Also Minecraft mit Redstone. Jetzt muss ich überlegen. Äh... Unten müssen die mit Normal hin. So. So. Und oben müssen die mit... Genau. Oben müssen die mit Sticky hin. So. Ähm... Wenn hier die Tür sein soll... Dass da... Ich mach da mal ein paar Glowstones. Ja, okay. Ich weiß, wie wir das hinkriegen. Das wird kein Problem darstellen. Und oben muss mit Sticky gearbeitet werden. So. Ähm... Hast du noch... Du hast noch den Haufen Glowstones, den ich dir gegeben hatte, oder? Können wir hier an die Seiten Glowstones machen? Wie sieht das denn aus? Mach einfach mal. Guck mal. Wie hört sich da gut aus? Kannst du lassen. Hast du noch den ganzen Glowstones, den ich dir gegeben habe? Äh... Theoretisch schon. Und wie sieht das praktisch aus? Auch. Sehr schön. So. Tüme auswechseln. Und jetzt fangen wir mit der unteren Verkabelung an. Also beide müssen angesprochen werden. Warte, der red schon voll wie du in Techit, ey. Ja. Ist echt schlimm. Das ist echt grauenhaft. So. Ich brauche eine neue Spitzhacke. So. Muss hier natürlich auch weitergehen, ne? Mhm. Haben wir hier unten, haben wir überall Platz, ne? Ich muss nur ein Glowstone holen. Okay, wir brauchen also auf jeden Fall, brauchen wir irgendwo einen Verbindungspunkt. Es leuchtet so übel hell mit dem Shader, ey. Ich würde sagen, wir basteln hier einen Verbindungspunkt. Das funktioniert, glaube ich, nicht mit den Zweien. Die müssen... Hier müssen Repeater dran. Ja, ja, klar. Das weiß ich, aber das ist nur so zur Markierung. Achso, okay. Dass ich weiß, wohin ich bin. Okay, okay, okay. Ja, reg dich immer nicht auf, ja. Dann reißen wir hier die Wand ein. Was willst du denn hier hinter machen? Oh, stimmt. Okay. Das drüber. Dann machen wir hier zwei Dirtblocks hin. Du machst das schon. Ich geh mal eben in den Neta und hol mir mal ein bisschen Glowstone. Oh ja, mach das. Ähm. Ich muss das ja alles unterirdisch verlegen, sodass man es nicht sieht. Oder nicht sehen sollte. Ja, irgendwie schon so ein bisschen, ne? Und deswegen... Alter, alles... Die Essenskisten muss da weg. Alles... Alles aufgerissen hier. Ja, die Essenskisten muss da weg. Die muss auch anders sein. Oh, da wird in Level 2 nach vorne. Da wird in Level 2 nach vorne. Was? Haben wir noch Stein? Haben wir noch hier, ne? Äh... Ja. Und ich brauche hier die Kiste ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Aufabschieden tun wir uns noch nicht. Nein. Das machen wir mal. Der Glowstone ist ja noch nicht abgebaut. Genau. Das dauert noch so ne Zeit. So, jetzt setzen wir die am besten hier so hin. Und machen dann das hier auch. So. Äh... Haben wir noch... Hab ich noch genug Stein? Ja, hab ich sogar noch. Nur ganz wichtig. Stein. Yes. So. Und jetzt kommt hier ein Schild. Food. Food. Ja. Ja, das sieht... Sieht gut aus. Ist okay. So. Und jetzt können wir hier nämlich schön... Jetzt müssen wir aber hier die Fenster noch weg machen. Jetzt sieht man das hier. Außerdem könnten wir dann die Wolken hier runter schubsen. Das wäre echt schlecht beim Haufen. Alter, die Lava sieht doch... Sieht alles geil aus. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Zeig mir das nachher. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zeig mir das nachher. Zeig mir das nachher. Das wird auch sein. Oh, hier ist noch lila Zeug. Siehst du beim Bauern? Kriegt man echt nochmal mit? Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder leer sind. Nein. Lila Zeug. Nicht lila Wolken. Okay. Schade. Wieso? Sei doch froh. Das ist Zornit. Zornit ist wichtig. So, hast du deine... Hast du dein Zeug da abgebaut? Ja, jetzt baue ich das nur schnell noch ein hier. Es sind erst 12 Minuten. Ja, erst 12 Minuten. Bei mir sind zwar schon 14 Minuten, aber okay. Ja, du hast halt einen schlechten Timer. Ja, aber den besten Timer, den es gibt. Ein Handy. Boah. Boah, ey, ne? Boah. Das ist so... So übelst... Retro. Retro, Alter. Übelst beste Timer of life. Ist voll retro. Voll retro, Alter. Wieso hast du das denn hier zugebaut? Was zugebaut? Warum ist hier ein riesen Erdeblock in der Wohnung? Wo denn? Wird das noch Cobblestone? Ja, der kommt noch aus... Der wird noch aus Cobblestone. Nur die Ruhe. Das wird alles. Musst du das hier unten aber auch angleichen, ne? Wegen dem... Glowstone. Ja, das wird alles. Nachher wird es du gemacht. Das wird alles. Von unten, wo der Glowstone hochkommt... Also das nächste Folge... Da unten, wo der Glowstone hochkommt. Da muss dann halt der Glowstone auch hin. Ja, das passiert dann das nächste Folge. Die nächste Folge in die Länge. Die Folge nicht in die Länge. So. Yolo. So. Okay. Wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder. Vom Aether. Aether. Bis dahin sag ich tschüss die Müsli. Moment. Ich will noch schnell was zeigen. Was willst du denn sagen? Ja, was willst du denn zeigen? Slash Game Mode 1. Moment. Ich will mal eben unser Haus drum herumfliegen. Und uns das mal ankucken. Ah, okay. Ich zeig das einfach so. Ja, Gylon, Alter. Mars Green. Ah, Moment. Ich flieg auch. Ich zerstöre hier mal kurz eben was. Einfach mal so. Random mäßig. Hat schon keiner gesehen. Das sieht schon stylisch aus, ne? Muss ich schon sagen. Es ist echt stylisch. Gefällt mir. Alter, wir könnten auch Keller unten dran bauen, ne? Seh ich gerade. Werden wir auch machen, glaub ich. Boah, okay. Das wird das übelst geilste. Hier haben wir so einen kleinen Balkon noch gebaut, hab ich dann gemacht. Wow, okay. Ja gut, das bringt nichts, weil du hier eigentlich gar nicht lang laufen kannst. Ja, aber wenn du... Also gehst du direkt wieder durchs Portal. Ja, zum Beispiel wenn du aus dem Portal aus der Richtung raus kommst, dann fällst du halt nicht runter. Ja, stimmt. Ja gut, okay. Aber wir sind schon lange über der Zeit. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vom Aether. Bis dahin sagt tschüssi Müsli und bis denn denn. Tschüss. 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 Tschüss.